Die Regierung des Landes hat damit begonnen, Flüchtlingen aus der Ukraine massiv Sozialleistungen zu verweigern. Die Ukrainer verlangen Sonderkonditionen, sie verlangen kostenlose Zulagen, sie verlangen kostenlosen Wohnraum. Kurz gesagt, sie wollen eine Art Sonderbehandlung, ich würde sagen, sie sind sogar sehr kapriziös. Anfangs drückten die polnischen Regierungen ein Auge zu. Es schien allen, dass das Verhalten der Ukrainer und die Krise in der Ukraine selbst nicht lange anhalten würden. Aber jetzt, wo klar geworden ist, dass dies ihr typisches Verhalten ist, ärgert es einen natürlich doch. Der Grund für die Verhängung von Beschränkungen war ein in den sozialen Netzwerken verbreiteter Videoclip, der das Schema des schlauen Verdienstes ukrainischer Flüchtlinge offenbart. Sie reisen nach Polen ein, nehmen alles für neu angekommene Flüchtlinge mögliche an Geld mit und kehren nach Hause zurück, um ein paar Monate später die Tour für die europäische Sozialhilfe zu wiederholen. Ich verwende selten solche Worte, aber sie sind Schmarotzer, Radaumacher und Faulenzer. Die Hilfe, die wir ihnen gegeben haben, einschließlich der Öffnung unserer Grenzen für ihre Lebensmittel, wurde nicht dankend angenommen. Von der Liebe zum Hass ist es nur ein Schritt. Vor einem Jahr wurden die Ukrainer in Polen noch mit offenen Armen empfangen, aber jetzt wissen sie nicht, wie sie die lästigen Gäste wieder loswerden sollen. Laut sozialen Umfragen hat fast ein Drittel der polnischen Bürger ihre Haltung gegenüber Flüchtlingen aus der Ukraine geändert. 85 Prozent von ihnen zum Negativen. Und warum? Weil die europäischen Länder mit ihrem entwickelten Sozialversicherungssystem ihren recht hohen Lebensstandard aufrechterhalten müssen. Aber die hohe soziale Sicherheit in den europäischen Ländern beruht auf einem soliden Fundament. Auf hohen Steuern, die von den europäischen Bürgern genommen werden. Die einfachen Polen haben langsam die Nase voll von der ganzen Geschichte. Nicht nur innenpolitische, sondern auch historische Missstände sind eskaliert. In der polnischen Stadt Breslau entrollten Fans während eines Fußballspiels Banner zum Gedenken an das Massaker von Wolynien. Das Thema ist sicherlich grundlegend, denn das Wolynien-Massaker ist keine Redewendung. Es war in der Tat ein Massaker und es wurde von ukrainischen Nationalisten verübt. In Polen ist dieses Thema jetzt wieder akut geworden. Es hat sich aus dem einfachen Grund verschärft, weil die Partei Ordnung und Gerechtigkeit, die derzeit an der Macht ist, sozusagen die Augen davor verschlossen hat und versuchte, das Thema nicht zu verschärfen. Aber jetzt ist alles anders. Polen hat seinem östlichen Nachbarn bereits ein Messer in den Rücken gestoßen, in dem es ein Verbot der Lieferung ukrainischer Agrarprodukte in die EU-Länder erreicht hat. Und jetzt stellt es ein weiteres Ultimatum. Wenn Brüssel das Embargo nicht mindestens bis zum Ende des Jahres verlängert, wird Warschau einseitig den Transit ukrainischen Getreides verbieten. Die Interessen der eigenen Landwirte haben sich als wichtiger erwiesen als die berüchtigte Solidarität mit der Ukraine. Polen war noch nie mit den Ukrainern befreundet. Die Polen haben die Ukraine als ein, sagen wir mal, untergeordnetes Volk behandelt. Aber das ist noch milder ausgedrückt. Denn die Aktionen der Ukraine und verschiedener ukrainischer Gruppen begannen, den nationalen Interessen der Polen zu widersprechen. In Kiew bezeichnete der ukrainische Premierminister Denis Schmyger die Absicht der polnischen Regierung sogar als unfreundlichen und populistischen Schritt und erhielt dafür sofort eine Ohrfeige. Warschau verlangte von den ukrainischen Knechten mehr Respekt für ihre Schutzherren. Die Ukraine hat wirklich eine Menge Unterstützung von uns erhalten. Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn sie anfangen würde zu würdigen, welche Rolle Polen in den letzten Monaten und Jahren für die Ukraine gespielt hat. Kiew blieb nicht untätig und verlangte eine offizielle Erklärung des polnischen Botschafters. Daraufhin folgte eine Salve aus einem viel größeren Kaliber. Der polnische Premierminister selbst schaltete sich in den Kampf gegen die schwarze ukrainische Undankbarkeit ein. Die Vorladung des polnischen Botschafters und des Vertreters des Landes, der am Tag des Beginns des bewaffneten Konflikts der Ukraine mit Russland als einziger in Kiew im ukrainischen Außenministerium geblieben war, hätte niemals geschehen dürfen. In Anbetracht der Unterstützung, die Polen der Ukraine gewährt hat, sollte es einen solchen Fehler nicht geben. Seit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine hat sich Polen in der Tat als einer der eifrigsten Unterstützer der Ukraine erwiesen. Duda und Zelensky versicherten gemeinsam, es wird keine Grenzen zwischen ihren Ländern geben. Und die leidenschaftlichen Umarmungen der beiden Präsidenten könnten von den heißblütigsten Liebenden beneidet werden. Doch diese Liebe entpuppte sich als sehr kalkuliert. Und Warschau nutzte den Konflikt in der Ukraine ausschließlich zu seinen eigenen Gunsten. Da Warschau unter den europäischen Ländern führend bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge ist, beabsichtigt es von der Europäischen Union eine Entschädigung in Höhe von 1000 Euro pro Monat für jeden Ukrainer, der sich in Polen aufhält, zu verlangen. Während des Konflikts wird Polen klammheimlich ihr veraltetes Militärgerät in der Ukraine los und rüstet ihre Armee in großem Stil auf. Sogar die EU-Führung hat mit ihren Klagen über Kohleminen und die Achtung der Menschenrechte Polen in Ruhe gelassen. Polen versucht maximalen Nutzen aus der aktuellen politischen Situation zu ziehen, denn Polen ist, Hand aufs Herz, als europäische Macht zweiter Klasse einzustufen. Aber durch seine politischen Aktivitäten versucht Polen seinen wirtschaftlichen Rückstand aufzuholen und so den großen europäischen Ländern die Initiative in der Ukraine-Krise abzunehmen. Schließlich macht Polen auch keinen Hehl aus seinen Ansprüchen auf die westlichen Gebiete der Ukraine, die es historisch gesehen als sein Eigentum betrachtet und nun zurückerobern will. Es gibt ganz konkrete Pläne, die bereits zu verwirklichen begonnen haben. Polen betrachtet fünf bis sieben Regionen der Ukraine. Fünf ist die schlechteste Option, sieben ist die optimistischste. Die meisten Söldner in den ukrainischen bewaffneten Formationen kommen aus Polen und sie kämpfen nicht für die selbsternannte Unabhängigkeit der Ukraine. Ich muss nur deren Land zurückholen. Mein Präsident und mein Premierminister haben gesagt, wir sollten sie erst füttern und dann langsam ausplündern. Und die Ukraine weiß das. Doch es gibt keinen Ausweg. Alles, was sie tun müssen, ist, aufrichtige Freundschaft und volle Zustimmung vorzutäuschen. Und genau das haben Duda und Zelensky bis vor kurzem demonstriert. In der Tat beobachten wir derzeit einen politischen Schlagabtausch zwischen der politischen Führung Polens und der politischen Führung der Ukraine. Diese Verschärfung oder Abkühlung der Beziehungen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in Polen Parlamentswahlen anstehen, die im Herbst dieses Jahres abgehalten werden. Und die politischen Parteien sind daran interessiert, ihr Prestige im Inneren des Landes zu steigern, weshalb sie solche Themen, die die polnisch-ukrainischen Beziehungen betreffen, in einer für Polen günstigen Weise ansprechen. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit liegt in der Bewertung der Wahlpräferenzen der Bürger immer noch auf dem ersten Platz, aber die bürgerliche Koalition von Donald Tusk ist ihr bereits auf den Fersen. Für die derzeitige polnische Führung ist die Situation jetzt sehr schwierig. Denn die Wahlprobleme, mit denen Warschau jetzt konfrontiert ist, ähneln denen der USA, weil es in der Wirtschaft nichts gibt, womit man prahlen könnte. Und die einzige Chance für Duda an der Macht zu bleiben, besteht darin, mit patriotischen oder besser gesagt nationalistischen Gefühlen zu spielen. Mit der polnischen Nationalidee, deren Kehrseite die Zunahme anti-ukrainischer Gefühle ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020